Moin Freunde, ich möchte euch heute mal ganz kurz einen Hinweis geben wegen dem Helltidevent, hier Höllenflut. Ich habe nämlich was bekommen aus der mysteriösen Kiste, ihr werdet es wahrscheinlich schon sehen, nämlich Züge des Granitfellrosses. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder, wie gesagt, aus der mysteriösen Kiste. Ich weiß nicht, ob ihr das aus den normalen Kisten auch kriegt, aber es lohnt sich definitiv, wenn ihr Skins generell am Sammeln seid, hier im Helltidevent auf jeden Fall vorbeizuschauen. Dementsprechend, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich dafür, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch was, macht es gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.